Joel Möso, Sie übernehmen in diesen Tagen Ihr neues Amt. Was überwiegt, Vorfreude oder Respekt? Vorfreude. Also ich habe auch Respekt für diese Schule, aber natürlich, was ich bis jetzt im Weg habe, ist fantastisch. Wir sehen uns dem schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.